Hallo und Willkommen zum heutigen Klo mit dem Max. Hallo, da kann man gerade rausgüpfen. Jo, wie eben in den letzten paar Stunden angestießt, springen wir heute rein. In den Dungion. Oh! Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht. Da. Ich hab auch nicht, ich hab auch. Da war ein Blaze drin. Da gibt's bestimmt noch mehr. I'm a bird. Ey, schau mal an, dieses Gas, schau mal. Wenn du im geschlossenen Raum das machst, dann bleibst du an der Decke. Was heißt? Oh, guck mal, geh in den Saubertisch. Loll. Und Bücher. Kleine Sonnenblaze-Spawner. Da drin? Äh, hab ich noch mal leer gewandt, das waren auch Bücher und so'n Scheiß. Ne, war es hier. Wir sind Zombie-Spawner. Ey, waren hier schon welche oder so? Geil, warum? Weil, äh, Glow-Sonic, oder ist das normal? Ne, das Glow-Sonic ist normal, glaub ich. Ja, jetzt hört's doch. Ja, guck mal, drück mal X, Alter, was das für ein Dingens ist. Ey, wie geil. Ich glaub, wir haben hier vorhin ein Check-Bot, Alter. Ich hab das nur gesehen, weil hier überall auf der Karte irgendwie Villager waren. Das ist ein richtiges Lapurin, ne? Ja, ich weiß, das war geil. Ein bisschen. Ja, dieser Raum hier ist aber auch irgendwie beleuchtet. Achso, ich denk mir mal, dass überall wo so'n, wo so'n, schon mal auf der Karte, überall wo so'n, wo so'n Kreis rum ist, ist es bestimmt ein Spawner drin. Und weißt du, was ich bald glaube? Was denn? Dass es hier irgendwo auch nen Boss gibt. Die, wir lassen einfach ganz, weil spawnen eh keiner. Ja, weil ihr Licht drin ist. Weil's überall hell ist, ja. Warte mal runter wird's. Jetzt irgendwo nach links. Oh, hier geil. Brauchstand und Dingens hier. Nee, da ist Dingens und ist Holstein. Ja, ja. Komm mal bitte, hinten ist was Lustiges. Ah, ich nehm die Bücherregale mit. Hast du eine Spitzsacke? Äh, ne, 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 hab ich hier oben gelassen. Ah. Ich ne Bücherregale mit. Mhm. Du kannst auch mit, warte mal, ich hab hier ne, warte mal, ich hab hier ne Iron Pickaxe. Warte mal. Geh weg. Böh. Ach so. Jetzt werden meiner drauf. Hier, schau mal, hier kannst du sogar durchlaufen eigentlich, schräg. Wie geil das ist. Warte, hier ist ein Kuchen. Oh, da sind Diamanten. Und dann gehts doch weiter runter oder hoch Wo ist der Mann? Hier Da geil Shine bright like a diamond GZ buddy Wie nice das sind sofort wieder gestorben Warte mal hier drüben wir eine Kiste Boah was denn hier? Matrix wo kann man eine Ende Perle Dark Steel Knowledge Fragments brauchen wir alles nicht Soundproblem Wo bist du? Was ist hier? Weed Hi Okay Ne die Kiste schon geguckt? Ja Logik da kriegst du Programme Ja das ist alles Müll Knowledge Achso okay dann lass ich das da Hm Ja gingst du nicht nach irgendwo hoch oder so? Ja ich hab von irgendwie ne Treppe oder so gesehen oder? Hier Ne Ne das ist ein Grafikfeeler Hallo das ist aber bloß ein Grafikfeeler Logik Ein Lichtbuck Hm Ist das ein Zombiespawner? Also äh Hier bei die Detailer musst du abmachen Ich markierte das auf dem Ding Was kommt da raus? Kommt immer random Zeug teilweise raus Manchmal auch gute Sachen Nehmen wir Tars voll Lass mal was in meinem Backpack tun Ähm Merk dir auf jeden Fall mal diesen Flag hier Weil ich würde ja gerne diese Spawner dann später auch mal nutzen Geil Das sind Zombiespawner Ja Zombiespawner haben wir zwei Stück Weil die kommen ja dann alle mitnehmen Wir haben ja die Bamber Portal Guns Weißt du War das grad XP? Ja ja Geil Waren wir jetzt zwischen überall ja ne? Ich glaube ja Hast du ein bisschen Closer mitgenommen? Ne ne Kein Ich laufe grad da durch die Gegend Alter Durch mein Digging habe ich jetzt einen neuen Closer Und aus einem rausgefiegt Das Digging das bringt volle Kanne ne? Das ist Gas Das blaue Portal ist das nach Hause oder? Äh Ich glaube schon Jo Bin wir jetzt zu Hause Und ich habe Closer mitgenommen Hehehe Was? Blaue ne? Blau ging mal Hä das ist gar kein Glowstone Das ist Clostein Hä? Warum kriegt man denn Clostein? Das ist kein Das ist Clostein Ja aber das ist aber Clostein wenn man das Ding eins hat Ist vorne aber trotzdem keine Zombies Ich hab grad Clostein abgebaut Äh blaue Portal ne? Lol Drei Clostein und ein gelbes Ding ergibt dann Glowstone Was ist das denn für ein Scheiß? Was? Ich brauche gelbe Blumen diese Yellow Dantilon Siehst du wenn du auf U drückst Hast du es gesehen? Hier das ist Clostein das ist kein Glowstone Ja ich weiß Dann kriegst du auch Redstone durch Und irgendwas anderes Jetzt brauchen wir erst ne gelbe Blume Das haben wir wahrscheinlich keine ne? Clostein das So wir haben einen Zwei Clostein Yellow Dantilon Da haben wir vierzehn Stück Echt? Ok reicht Weil ich Warte Warte wie? Ja drei stück und ein gelbes Oh Drei stück und ein gelbes So Dann sind wir 17 Diamanten Da hab ich geballert Tja geht das jetzt oder geht das nicht? Ich würde immer nach Sandfarm ne? Blackstone, Cheyenne Stone? Ey ich brauche so ein komisches Stone-Geraffel Ich würde immer nach Sandfarm ne? Ja wolltest du Hmm Ich habe über so einen Clay geraffelt Oder geht das vielleicht auch mit Glowstone Energistics Wo kriege ich denn das Farbe her man? Mystic Scrap Pink Flower Wie geht das da aus? Da kriegt man das Botania Oh man Ich versuche es mal mit Blau Oder beziehungsweise mit Rot Ähhhhhhhhh Was machst du für das nochmal dahin hörst? Äh ne ich geh jetzt ansammeln So Iron Quarz 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 Nether Quarz Quarz Mö Okay Glas hast du ja auch gemacht ne? Hehehe Ein Bisschen Bisschen? Das gerade gut weil ich brauche es gerade Ich weiß nicht warum ich Glas gemacht habe ich habe das Die ersten Lärmmaschinen sind vor allem auch schon da, wie easy. Ich wollte nur irgendwas bauen, aber... So. Ich hab erstmal ein paar Stacks Sand. 4, 5, 6, 7, 6, glaub ich. So, jetzt versuch ich das mal damit. Zack, zack und ein Eisen. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, siebeneinhalb Stacks Sand. So, daraus kriegen wir Illuminati-Dinge. Illuminati? Ja. Confirmed. Ist okay, jetzt muss ich immer weiter-craften, alles klar. Wir wissen, wo die anderen hier so wohnen. Ich hab noch keinen anderen... ...degens gefunden. Wow. Achso, das ist eigentlich... Also, Leute brauch ich eigentlich gar nicht machen. Das ist egal, welches. Gut, ähm... Dann brauchen wir das... ...diese Formation Core. Oh. Oh. Es trifft mich gleich hin. Ja, ich hab's nicht mal gesehen. Ich auch nicht, ich hab's nur gehört. Okay. Nein. Hast du eigentlich auch den Helikopter? Nee, den hör ich nicht. Ja, 100 Meter noch entfernt. So, jetzt bin ich wieder abgelenkt worden, Mann. Okay, Logik-Dinge habe ich. Die Formation Core. Da brauche ich einen... ...Oh. ...Charged Zertus, einen DUST und einen Logistik-Prozessor. Ich mach gleich zwei, oder? Oh, warte, ich hab gelandet. Äh, bin gelandet. Ich mach gleich... Wo? Achso, gleich in diese Katze. Hier, da. Wo? Hier, da. Ach, Leute, da oben drauf. Leute, der ist sehr cool. Der ist so dunkel. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, ja. Ich hab gleich gelandet, ne? Was? Ist das jetzt Charged oder nicht? Ja. Okay. Ich mach gleich zwei, ne? Was? Von den... Ähm... Von den Crafting Terminal. Weil... ...mit einem kommen wir wieder nicht klar. Okay. Aber war doch gut, dass ich diesen... ...schon wieder... Jetzt guck ich aber nicht nach oben. Lass mich nicht schwer abdenken. Boah! Das wärs gewesen. Instant getroffen. Das trifft genau unser Haus, ey. Quatsch. Das brauche ich. Äh... Den Logistikprozessor brauche ich. Und die Charge brauche ich. Brauchst du das wirklich? Ja, brauche ich. Ich mach uns gerade die Termine. Und dann haben wir alles für das ME-Lager. Ne, haben wir nicht. Ich muss noch eine Diskette machen. Dammit. Ah, Lappen. Meine Herren. Kannst du eigentlich... Die Anneli-Vicor... Davon brauche ich ein netter Quarz. Und hast du das Eisen? Ja. Ja. Jetzt aber auch noch 35 drin. 38. Ja, ja. Wir haben ja hoffen. So. So. Ach, meine F***. Ich brauche noch mehr von diesen Prozessoren. Nein. Doch. Wenn ich sage nein, dann heißt es noch. Ich brauche sogar jetzt schon. Oh. Leck. Leck? Wo? Ja, dieses Crafting Tail. Gold und Silicon. Das ist ja ein geiles Ding, Alter. Das ist ja ein geiles Ding, Alter. Das ist natürlich ein Index. So, das Gold habe ich noch. Das Silicon Star. Nix, nix. Logistik Press. Kalkulation. Und mit 3 Wolle? Was nur? Ich brauche 3 Wolle. Och. Ich brauche 3 Wolle. Hast du nicht vor kurzem das Wolle verbraucht? Ja, wirklich. Seitdem haben wir glaube ich keine Wolle mehr gesammelt. Ohhhh. Also halt ich zumindest nicht. Gar nicht. Ich brauche eher weniger als Wolle. So. Ist das coole so? Ach quatsch, ich brauche gar nicht die Gold und ich brauche die. Man. Ich brauche die Silikonteile. So, dann mache ich die Silikonteile zusammen. Auch zu denen da, genau. Nicht verbauen, man? Dann müssen wir langsam alles automatisieren hier. Sollen wir Bodenmehl? In Folge 5 erstmal von Automatisation reden. Ah. Haben wir Knochen? Also ich schon. Kann ich mir davon... Nein. Warum denn nicht? Nein. Das sind meine. Also ihr willst jedes Mal Mehl draus machen. Hä und? Hast du was dagegen? Ja. Warum? Weil es meine Knochen sind. Ja und? Wenn du schläfst, ne? Alles klar. Ab jetzt wird nicht mehr geschlafen in Minecraft. Apropos schlafen. Hast du eigentlich jetzt Herobrine schon mal gesehen? Nö. Weil Max hat nämlich hier unten schon mal stehen gehabt. Herobrine war hier. Also sprich quasi der Herobrine-Mod ist hier drauf. Und... Und... Ja. Dann... Das macht er. Und der erschreckt dich irgendwann. Boah. Wenn du im Bett legst... In dem Augenblick wo du quasi grad die Augen zumachst, ne? Dass du dann stehst. In dem Augenblick erscheint der direkt vor dir. Und erschreckt dich. Boah. Hast du das ganze Eisen? Ja, du hast mich vorhin schon mal gefragt. War noch... Ist nichts mehr drin? Ich hatte gar nicht... Da waren noch 38, die waren da noch drin. Ich hab sie grad zugedruckt. Boah. It's magic. So. Wenn wir ins Eisen-Farm gehen. Ja. So, brauche ich noch ein Crafting-Table und die Calculation-Press. Dafür brauche ich Pure Zertus Quartz. Das können wir doch noch nicht machen. Warum denn nicht? Ne, weil wir das noch nicht haben. Warum nicht? Das mach ich dann schon. Das muss ich jetzt diese komischen anderen Zellen-Dings da bei uns da machen. Hä? Lall. Cheater. Sehr gut. Cheater. Da war Hacker. Meine Güte. So, aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben und bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.